Hallihallo liebe Leute und seid gegrüßt. Ja, ich wollte mal wieder einen weiteren Livestream für euch ankündigen. Nämlich für morgen den 1. Dezember, den Samstag, wenn ihr dabei sein wollt, ab 16 Uhr werde ich den Stream beginnen. Spielen werden wir sozusagen Sparkstar. Also Sparkstar fürs Mega Drive und Sparkstar fürs Super Nintendo, also sprich Teil 2 und 3 der Rocket Knight Reihe. Und wenn ich entsprechend gut bei diesen Spielen durchkomme, wollte ich noch das ganz Verrückte wagen, was eigentlich auch schon lange fällig war, beziehungsweise mal als Erz-Revile-Duell gemacht wurde, nämlich den Crazy Hard-Modus vom allerersten Teil. Den würde ich dann eventuell auch noch versuchen zu wagen. Wittenheulenritt, wenn ihr mich leiden sehen wollt, dann scheidet ein. Na ja gut, Teil 2 und 3 wird im normalen Modus durchgespielt, aber im ersten Teil werde ich mal gucken, wie ich mich da im Crazy Hard-Modus dann noch anstelle, wenn ich entsprechend noch motiviert bin nach Teil 2 und 3. Also, in dem Fall, auf jeden Fall Teil 2 und 3, die ja sowieso schon Jahre überfällig sind, weil ich hatte eigentlich nach Rocket Knight Adventures 1 ja schon länger vorgehabt, Teil 2 und 3 Honorat-Letter-Play zu machen, aber dann immer wieder nachhin verschoben, weil andere Projekte dann halt dazwischen kamen und ja, jetzt habe ich mal wieder Bock auf die Spiele und denke mir, in den Livestream werde ich sie dann entsprechend auch dann quasi abhaken, sozusagen als Let's-Play-Form. Ja, wie gesagt, wenn ihr dabei sein wollt und wenn ihr mich im späteren Verlauf vielleicht noch leiden sehen wollt, spätestens bei Rocket Knight Adventures 1 beim Crazy Hard, werdet ihr das mit Sicherheit? Dann seid dabei, morgen ab 16 Uhr, 1. Dezember. Wenn ihr Zeit habt, ich hoffe auf zahlreiches Erscheinen und deswegen sage ich einfach mal, bis dahin, auf Wiedersehen!